Ne, ähm, benutzt noch irgendjemand Lava-Lampe? Hat irgendjemand noch ne Lava-Lampe zu Hause? Sind die nicht schon so echt 90er Jahre oldschool mäßig? Ich kann mich dran erinnern, dass ich mal so ein, so ein Elektro-Ding hatte, so ne Elektro-Lampe, wo man den Finger ranhält und dann die Blitze an einen da. Kann mir noch nicht vorstellen, dass das gesund war, aber okay. Ich kann ja heute noch singen und tanzen, also ist alles in Ordnung. Look at Bowling Ball. Bowling Ball? Das sieht aus dem Platz hier. Ja, dann nimm's doch mit. Der Typ langweilt sich auf jeden Fall. That looks a little like Gary's Supper-Dish. Meow, 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 ja. Sein Essens. Ja, hot. Look at 1969 Kalender. Alter oldschool-Hippie-Doch. Der Kalender muss sich aufhören. Wer sind die Doobie-Brothers? Hey, peace, ey. Voll Liebe für alle und so. Weißt du? So, free stuff. Ich würde mal sagen, wir talken mal zu Nelson. Das ist Nelson Mandela. Hi, das ist lustig. Hello there, Life-Traveler. How has your journey been? Okay, I guess. I almost tripped on a rock outside. And the stuff on the walls is making me a little dizzy, but I'm okay. No, no. I mean your journey through life. How has that been treating you? Ähm, das ist die Reise und wie, wie war unsere Lebensreise bis jetzt? Ja, ziemlich eintönig würde ich sagen, ne? Wir arbeiten in der Krossen Krabbe, wenden Burger, gehen nach Hause. So, was machen wir sonst? Qualenfischen? Also, eigentlich, naja, wir gehen ab und zu mal campen und fragen unsere komische Achterkugel nach. Folge immer geil. Oh, well, I'm twine. I'm trying to get to Neptune's Paradise and I'm not having much love so far. In fact, I'm pretty much right back where I started. Your feet might go in circles, but your mind soars with the eagles. Wow, you have a really intense aura. It's yellow. Want me to read the bumps on your head? No, not really. So, what kind of story is this? We enhance life. We give your brain a car in which it can speed through the highways of the universe music. Sounds dangerous. Don't forget to buckle your seatbelt. Ah, ja, Alter, der Typ hier ist echt... Kann es sein, dass er ein bisschen durch ist? Dass er vielleicht schon ein paar Drogen genommen hat, der alte Mann? Maybe you can help me. I have a friend who is sleeping like a rock. He won't get up and I need to borrow his clarinet. Got anything that will do the trick? Sure, man, sure. What you need are dream glasses. Dream glasses? Yeah, put them on when you're near someone who's sleeping and you can see into their dream. But what's even weirder is that they can see you. I don't quite know how they work, actually. Wow, so I could use dream glasses to get into someone's dream and ask to borrow his clarinet. Hey, man, whatever sizzles your whistle. So, do you want a pair? Yeah, but I don't have any money. Money? You insult me. We don't even accept money. We are here to serve all on the road of life in their quest for happiness or fun parks. Hmm. Well, then how do you stay in business? Trust fund. So, you want some dream glasses? Go ahead and grab them. I think there's only one pair left. It's at the other end of the store. Thanks. The far out. I've always wondered. What exactly is a freak out, anyway? Well, see, it's like this. Yes? You go to a place where there's a lot of other people. Yes, yes. And then you all start dancing around a big campfire. Yes, yes, yes. And you open your eyes really wide and say stuff like, Man, you don't even have to talk. I can hear you think. Okay. And then you freak out. It's really great. Sounds kind of boring. I guess you just gotta be there. I suppose. Well, I'm gonna go. And I talk to you. Anytime, man. I like you. You may be square. But you're no square. Dig? I'm not gonna call it dick. Haha. He had to tell you a drug trip. He had to tell you. I can't... What's that for a man? Talk to family looking guy. Den haben wir doch schon mal gesehen in Rock Potter. Was ist denn hier los? Das Talktour. Oh, pick up Dreamglass. Das nehmen wir erstmal mit. So, sieht man. Voll grafisch. Voll in Ordnung. Ganz weit oben. Look at weird clock. That clock is broken. I don't think anyone has noticed. Was zeigt dir denn überhaupt für eine Uhrzeit an? Immer dieselbe? Jetzt ist es eins. Das ist ja schön. So, hier hinten ist noch ein Alien Freak selbst getuschtes T-Shirt und noch eins. Und eine Bermuda-Hose und auch noch mehr Kram. Eier. Hard geboilt. Ich prefer Sonneseid auf. Nein. Hard gekochte Eier sind viel besser. Als weich gekochte. So, was haben wir hier noch? Wow, look at that super huge net. Think of how many Jellyfish you could catch with that. Ja, mindestens zwei. So, hier ist noch ein T-Shirt. Alien Shirt. I happen to know that Aliens do exist. I saw one once. He had glass over his face and a big tank on his back. Ooh, scary. Was? Aliens existieren hier nicht. Aber es klang eindeutig nach einem Taucher. Aber gut. Dann gibt es hier auch Taucher. So, talk to family looking guy. Hey, now I know I've seen you before. Oh, hello Stranger. Nice to meet you. Gott, alter. Fische sehen einfach immer gleich aus. What are you doing here anyway? Why are you pretending to have never met me? I just saw you at the bus stop in Rock Bottom. Rock Bottom? No, I'm sorry. You must be mistaken. I've never even been to Rock Bottom. What, aber das ist er doch. Warum sehen die denn alle gleich aus? Hat er Zwillinge, Drillinge, Hundertlinge? Das ist ja Sünde. Warum müssen die alle dasselbe tragen? Können die nicht mal was Fasches tragen? Gott, ihr habt ja keinen Style. Sowas hier zum Beispiel. Ein Pädichschüler. If it was you, you even sound the same. People say I resemble a famous movie star. Perhaps that is what's confusing you. No, I don't think so. Well, I'm sorry, Stranger. I just can't help you. What are you doing here anyway? This place sells the best hacky sacks. I need to get one. Yeah, to replace that kelpsy can you were kicking in Rock Bottom, right? I'm sorry. I'm afraid I don't know what you're talking about. Oh, forget it. Forgotten. Well, I have to go. But I've got my eye on you, Buster. Ooh, how will I ever get to sleep again? Also, was ist Spongebob denn überhaupt für ein aggressiver Typ? Who would wear pants like that? Not me. Well, maybe me. Der sagt, der kennt dich nicht, aber trotzdem... Naja, belästigst du ihn und sagst, ich spalte dich im Auge, Alter. Das ist voll so ein Rowdy. Das ist ja furchtbar geworden. So, wir gehen hier mal zurück nach Thaddeos und wir gucken uns mal seinen wunderschönen Traum an, würde ich sagen. Bevor Spongebob hier noch weiter erst irgendwas kaputt macht oder irgendwelche Leute belästigt und meine Fresse doch. So, da würde ich mal sagen... Zack. Ah, ich fühle mich wie Squidward, aber nicht komplett. Das ist wunderschönen. Das ist wunderschönen. Es hat auf jeden Fall Stil, definitiv. Und warum träumt er so viel von, naja, unserem Zuhause? Das ist doch nicht normal. Squidward muss ein Nightmare haben. Squidward muss ein Nightmare haben. Was ist das? Ich kann es nicht aus hierher wissen, aber es sieht sicher groß aus. Sieht aus wie eine Maya-Pyramide. Ist Squidward Pulkulkan oder was? Es ist eine Art Pyramide. Alter, von die Psycho-Spongebob-Figuren. Wow, das ist ich. Und ich sehe mich. Ja, das stimmt allerdings. Sieht echt fies aus hier. Ist voll so eine Sphinx hier, wenn man da so die Hände sieht und so. Na ja, gehen wir mal die Pyramide hoch. Kann nur besser werden. Die. Kannst du schneller laufen? Ah, jetzt läuft sie. Hup. Ah, ich glaube, der Squidward gibt gerade ein Konzert. Und das sind all die Leute, die ihm zuhören in seinem Traum. Aber ich frage mich, warum wir draußen da walk down as you. Sieht voll... Da ist er. Ich weiß nicht, wie wir von da an hierher gekommen sind, aber da ist er. Sollen wir ihn ärgern? Müssen wir ihn jetzt ärgern? Wirklich ein Musikständer. Ja. Ja, reden wir doch einfach mal mit ihm. Er ist ja mit einem Konzert. Hey Squidward, das ist ich, Squidward. Huh? Du siehst irgendwie wie Spongebob. Ich bin hier gerade in Zeit. Es war ein Mix-up in unserem Traum. Ja, well, I'm listening. Das ist der Dance Recital. Dancing ist clearly ein left-brain activity. Der Clarinet Recital ist über der Right Brain. Oh, well, I'll just get on over there. No, no, no. Don't bother. Ich bin mit dem Right Brain. Just gib mir den Clarinet, und ich will head over. Du hier und dance. Dance wie du nie danced hast. Ja, ich werde, ich werde, ich werde, wie die Wind. Good. Knock'em dead. If I could just have that Clarinet now. Yeah, sure, there it is. Remember to clean the Reet. Oh, I don't need to tell you that. Right, great. Okay. We'll do. Later Squidward. Bye. Squidward. Ray, now I can use this Clarinet, to get that sea snake out of my water helmet. Wow, I'm glad I'm back to being me. Squidward is hard work. Ja, gut, das kennen wir schon. Ja, also haben wir ihm jetzt die Clarinette in seinen Traum geklaut und ihn in seinem eigenen schönen Traum lächerlich gemacht und ihn gesagt, ja, tanzt doch mal hier einfach. Wow. SpongeBob wirklich. Ich bin... Ja, schon, ich finde, das sieht stylisch aus, ganz ehrlich. Ich finde das geil besser als Squidward's Haus. So, ich vermute mal das hier. Okay, ich vermute mal jetzt. Wie gut sie das spielen können. Wie gut die Schlange tanzt. Oh. Naja, jetzt liegt sie bei uns zu Hause im Bett und frisst uns dann. Oder tötet uns, wenn wir uns ins Bett legen. So, dann können wir uns jetzt endlich den Wasserhelm nehmen. Und mit diesem Wasserhelm dancen wir erstmal hier eine Runde ab. Werden zum Glück nicht ausgelacht so wie Squidward, denn wir können dancen. Und wir reisen jetzt mal nach Sandy. Um zu sehen... Oh ja, hier, siehste, alles Sandy. Ganz schlimm. Oh man. So. Rocket. Ja, hab ich... Wow, look at that. Hab ich doch gerade. Ist doch jetzt nicht... Ist eine Rakete. Und? Hast du noch nie eine Rakete gesehen? Ja, da. Setzt ihn so komisch auf den Kopf und dann ist gut. So, und dann wollen wir mal Sandy besuchen gehen. Hallo Sandy. Und ihren Schlüpper, den man da unten hervorseht. Also, sie läuft schon recht nüttig rum. Das kann man ja wirklich mal sagen. Mit ihrem super kurzen Mini-Rock. Ein Regenwurm. Oder ein Genital. Kann man nicht genau erkennen. Kann ich auch nicht genau sagen. Gott, was ist denn hier? Mach doch mal sauber. Was hat diese Bench ever getan? Das frage ich mich auch. Aber irgendwas Schlimmes. Sonst würde sie hier nicht rumliegen. Walk behind. Aha. Kann ich hinterlaufen? Was ist denn dahinter? Ich habe endlich dich gefunden. Wo ist das? Pick up oxygen tanks. Okay. Ich vermute mal, das brauchen wir gleich noch. Haben wir schon wieder im Voraus gegriffen hier. Meine Güte. Ja, ich möchte einen Schlüpper nicht sehen, Sandy. Aber Gott sei Dank dreht sie den Schlüpper. So, Hallöchen. Hi there, Sandy. Wie geht's es? Oh, hey there, little square dude. It's going pretty good, except I can't find my oxygen tanks. Why do you need oxygen tanks? Because that's what my rocket runs on, silly. I switched it over to oxygen fuel a few weeks ago. It's cleaner. Maybe I can help you find those tanks. That'd be great. I've been looking all day. Darn near turned this whole place upside down. I know they're somewhere in my dome. I just don't know where. I'll find them and bring them back. Don't worry, Sandy. Great. Thanks, SpongeBob. Then we can get going to Neptune's. Hi-ya! Traurig, Sandy. Traurig. Ein Schaukelschule. I think Sandy made that phone herself. She's very handy. Hi-ya! Rufst du damit an? Es gibt Telefonen über Frankfurt, ne? Technologie, hm? Ja, genau. Hi-ya! Du guckst mal auf da hinten. Du guckst aus dem Fenster und sagst die ganze Zeit, hi-ya! Das erinnert mich an, ich war ja mal in California in Six Black und bin mit der Achterbahn Ninja gefahren. Und die, die dann da immer die Knöpfe drückt, dass es startet, hat irgendwie jedes Mal, wenn die Bahn weggefahren ist, hi-ya! 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 Die ganze Zeit. Das war ein bisschen... Hi-ya! Ich glaub nicht, dass sie das gerne gemacht hat. Ich kann's mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Die ganzen Dachter sitzen und hi-ya sagen, ist, glaub ich, schon richtig bitter, oder? Den Anknopf drücken, hi-ya, 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 und jetzt alle, hi-ya, und keiner sagt irgendwas. Hi-ya! Wir reden erst mal mit Sandy. Hi again, SpongeBob! Äh, hi. Ja, das kennen wir schon. You wouldn't believe what I've been up to, Sandy. Try me. Hi-ya! Well, first there was a sea snake in my water helmet. Ooh, I hate those little buggers. So, I had to get Squidward's clarinet to charm it out. Ooh, great idea! But I couldn't wake him up, so I watch TV. Uh, really? Yeah, so I went to see this strange guy who wore a bandana, and he gave me a pair of dream glasses that I used to get into Squidward's dream. Uh, yeah, sure, SpongeBob. And in his dream, I was him, but he was him also. Ooh, it was weird. Are you sure you've been getting enough sleep, strange Bob? Um, I gotta go, Sandy. I'll be back. Okay, little shaver. Da glaubt sie uns nicht, ganz ehrlich. Dabei klingt das auch so plausibel, dass wir in dem Traum von Swan, äh, von... Woo-wee! I knew you could do it, my little wrangler. Now let's get our rears in gear and hop along to Neptune's Paradise. We'll be right back. That's what we're going to say. We'll be right back. Thank you, nevermind. We'll be right back. We'll be right back. Bis zum nächsten Mal.